Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Applativus Causae im Lateinischen genauer an. Hierfür sehen wir uns zunächst ein Beispiel an und sehen anhand diesem, was das überhaupt ist. Servus Donno Gaudet. Der Sklave freut sich über das Geschenk. Dieser Applativus Causae tritt, wie auch in unserem Beispiel, in Sätzen mit Verben wie Gaudere auf und gibt die Antwort auf die Frage worüber oder weshalb. In unserem Beispiel, worüber freut sich der Sklave über das Geschenk. Das ist alles. Und übrigens kann der Applativ auch im Plural stehen, dann freut sich der Sklave eben über mehrere Geschenke. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiter zu helfen, benötigen wir dein Feedback. Was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.